Ja, halli, 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 wer wartet denn hier auf uns? Aber ich muss jetzt zum Friedhof, tut mir leid, Leute. Der Friedhof wartet. Also, gehen wir wieder eine Runde. Und dann ist die Sache erledigt. Äh, hier komm ich nicht durch. Hier komm ich nicht durch. Blotziger und ertrunkener Toter, die können wir alle gar nichts. Ich bin ein bisschen OP für die Leute. Aber, ist ja nicht so schlimm, ne? Na, wenn sie mich nicht in die Höhle lassen oder raus, dann drehe ich durch. Kannst du jetzt mal, dieser kleine Stein war mir wohl im Weg. Komm, geh weg. Geh einfach weg. Nee, 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 nee. So, ich bin, bin ich beim Friedhof? Ne. Aber irgendwie muss ich Zutaten finden, also. Guck mal hier hoch. Ja, schön. Ich hab wohl noch nicht alle Zutaten. Was ist das? Hübsch. Sieht hübsch aus. Haltet ihn auf. Ich muss zum Friedhof, in die Sümpfe und alle erforderlichen Elemente finden. Holztruhe. Das ist still in Donners. Aha, hier geht's auch nicht weiter. Gräber kann ich auch nicht anschauen. Hm. Hey. Und diese Steine sind beim Weg. Hast du noch was gesagt? Du? Ja, der hat was zu sagen, okay. Nee. Du. Haltet ihn auf. Ja, trunkene Toten haben wir hier zuhauf. Oh, Moment. Da muss ich auf jeden Fall hin. Aber ich stelle jetzt erstmal die System-Sounds ein bissl runter. Weil das geht gar nicht. Tschüss. Jetzt ist Ruhe. Jetzt kann ich so viel auf Alt drücken, wie ich will, damit mir hier alles angezeigt wird. So. Ich muss alle erforderlichen Elemente finden zum Friedhof. Kein ist es still in Donners. Ich hoffe, das ist das, was ich suche. Sonst wisst ihr jetzt aber auch nicht, was ich tun soll. Na, jetzt zum Friedhof hier. Das kann ich ja gar nicht. Was gibt's hier? Hier gibt's auch nix, ne? Unbekanntes. Da liegen doch Skelett-Teile. Ich glaube, da kann ich auch nix mit denen anfangen. Ich habe mir jetzt nicht wirklich viel weitergeholfen, Deckfest. Okay. Hier kann ich noch hin. Aber bringt mir auch nix. Ich könnte diese Holztruhe, falls ich da noch nicht war, aber bringt mir wahrscheinlich auch relativ viel. Oh Leute, echt jetzt? Wie viele von den Mongos hängen denn hier rum? Na, komm mal her. Ausweichen. Tschüss. Ich will einfach nur diese Holztruhe aufmachen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Mach die Holztruhe auf. Ach, komm schon, bitte. Mach die Holztruhe auf. Ach, komm schon, bitte. Oh, Mann. Hat super geklappt, ne? Okay. Tschüss. Mach die Holztruhe für mich auf. Komm, einmal Holztruhe. Einmal Holztruhe aufmachen, bitte. Wenigstens kommt er auf mich zu. Man brennt ja nicht. So, jetzt kommt schon die Holztruhe. Holztruhe, Holztruhe, Holztruhe. Aha. Keine Elevente. Was haben wir hier eigentlich? Die Märische Eisendolch. Da fang ich nicht nur die Fackelmütte. So, wir haben auch noch mit. Okay. Nichts drin. Irgendwas mit Elementen. Super. Äh, ja. Da nach hinten. Achso, ich muss in die Kruft des Trieger. Ah, sag doch Bescheid. Mann. Mit dem Friedhof. Niemand sagt mir, dass ich in die Kruft rein muss. Okay. Aber wir tun es einfach. Das Trieger existiert ja hoffentlich nicht mehr. So, wir müssen rülpsen. Hier geht es mir auch besser. Ich muss das Fenster hier mal zumachen. Weiterspielen. So, irgendwelche Elemente finden. Ich hoffe, geht jetzt hier niemand auf den Zeiger. Ja, so, von wegen. Andere Mobs. Stein des Wanderers. Okay. Ähm. Besser. Nö. Ich hoffe, so wie es aussieht, sieht es gut aus. So, was kann ich mit dir machen? Nichts kann ich machen. Das ist toll. Das ist einwandfrei. Was will ich hier drin? Okay. Ich kann hier jetzt nichts mit dem Stein machen. Muss ich den anzünden? Anscheinend nicht. Okay. Hm. Bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Moment, wie heißt denn die Quest? St. Gregors Litanei. St. Gregors Litanei. So. Kann doch nicht so schwer sein. Okay. Ich muss den Friedhof alle Elemente finden. Hm. Moment. Feuerstelle. Was haben wir denn hier? Ist sonst noch so? Außer den Stein des Wanders. Ich versuche mal die Gruft noch. Dann kann ich, wenn ich die Folge beendet habe, danach suchen. Hier haben wir noch einen Sarkophag. Nö. Mach halt dein... Mach halt die Fackel wieder aus. Genau. Ich sehe absolut gar nichts. Es ist mega zu dunkel hier. Mega viel zu dunkel. Okay. Aha. Die Kapelle auf der Friedhofsinsel. Werden gerne die Kapelle aufs. Das muss ich mit Art Art Igni aktivieren. Na dankeschön, dass es mir jemand zeigt. Also auf dieses Rätsel muss man erst mal kommen. Ich dachte schon, ich muss es mit... Dings. Ich hätte jetzt selbst mit Art drauf schießen sollen. Der hätte es nämlich kapiert. So. Jetzt wird es dunkel. Ich muss wohl vollladen oder so. Das war zu viel. Klappt nicht. Hä? Ich muss eine andere Kombination aus... Sag mir bitte, ich habe noch ein bisschen Tafelwasser dabei oder irgendwas. Generiert Ausdauer. Ja. Pass auf mal bitte. Komm, es muss schneller gehen. Lüge, wie das hier in dem Gebiet. Nee. Okay. Also Art. Komm, das war doch jetzt nicht viel. Das war jetzt noch echt nicht zu viel, oder? Kann ich noch ein Brot essen oder Milch trinken? Speis regeneriert Vitalität. Kann ich gar nicht brauchen. Deines Goyatel. Blaubeeren regeneriert Vitalität. Grundstoff. Gewährtssehvermögen. Völliger Dunkelheit. Das könnte man. Fistech. Habe ich mir mal ein Bill lieber nicht rein. Schneesturm habe ich auch noch. Glöber Meteorit. Ja komm, dann. Warte ich halt mal. Bis ich wieder aufgeladen bin. So, dann können wir ja warten. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir das Rätsel da machen. So, dann werden wir das Rätsel da machen.